da nichts mehr zu holen das muss ich nur noch gucken wie ich hier wieder rauskomme das weiß ich nicht mehr aber ansonsten einfach immer nach oben laufen und hoffen dass man nicht wieder am anfangspunkt rauskommt verdammt hier lang sehr gut hier ist gleich noch ein bisschen Sandstein nehmen da kann ich eigentlich auch gleich noch ein bisschen bisschen Sand für den das Haus mitnehmen so gut das hat mich hier jetzt angegriffen was geht denn jetzt ab da oben 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 Höchste Konzentration hier. Da sind wir jetzt gleich nicht von irgendwas Krabbelndem zerfetzt werden, obwohl die eigentlich nicht mal runterkommen können. Oh, ich hab doch den Bogen, ne? Na komm, spinni, 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 spinni. Spinni, 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 spinni. Ich muss zugeben, ich bin irgendwie in letzter Zeit ziemlich wenig gestorben. Das wird ja schon fast langweilig. So wirklich viel kommt hier nicht raus. Eigentlich kann ich das auch schon fast wieder mit einem Hund abbauen. Jetzt werde ich nicht einfach mal rausbuddeln. Und mal gucken, ob ich in welche Richtung ich gekommen bin. Ich würde sagen, ich muss in die Richtung. Und immerhin schon Level 10. Ja, das sieht gut aus. Das hier kommt mir bekannt vor. Ja, hier wohne ich irgendwo. Hinter dem Hügel da müsste das sein. Ähm, okay, gut. Doch, ja, von... Ja gut, ich komm noch von ein bisschen weiter da hinten. Also, der Berg sieht ja auch mal genial aus. Da... Platsch. Oh, ich muss trinken, was zu tun. Mischchen Suppe. Supergut. Supergut! 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 Gut, hier lang, hier lang, hier runter. Und da sehe ich auch schon das Haus. Aua. In die andere Richtung muss ich auch langsam mal einen Weg anlegen. Ach ja, das wollte ich ja schon machen. Gut, dann ist hier gleich das Mikrofon auf. Bevor ich das Zeug nicht mehr verliere, packe ich es lieber hier rein. So, den kann ich mitnehmen. Das. So. Ach so, das muss ich gleich kochen. Leder. Stickies, Kohle. Obwohl, die Kohle hier nehme ich mit. Und so, und so, und so. So, und ich muss mal eben ganz kurz vom Mikrofon weg. Da geht's hin. Und hier rein und hier. Und hier lang. Irgendwann haue ich sie noch mal, deswegen, irgendwann ist es soweit. Meine Mutter kommt immer zu den unpassendsten Momenten hier rein. Mann, 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 das ist schlimm. Das ist schon fast eine Krankheit. So. Den brauche ich gleich noch. Ach so, die Kisten kann ich eigentlich aufstellen hier. So. Und den Sand werde ich mal craften. 44 Sandstein. Kommt doch immer gut. Oh, noch ein bisschen Kies mitgenommen. Bisschen was davon. Und den hier. So. Oh, ich muss auch Holz mitnehmen. Wäre gut. Oh, und ne. Jedes Mal vergesse ich wieder die Hälfte. Eine Schaufel. So. Wieder fix ausgefüllert hier. Okay. Okay. Hier packe ich ein bisschen Holz rein. Okay. Den habe ich nicht kommen hören. Das ist der Nachteil an der Anlage. Man hört nicht, was von hinten kommt. Oder man hört es nicht so laut. Ich hoffe mal, dass es nicht zu viel zerstört ist. Hm, das gab doch ein ordentliches Loch. So viel zu dem Thema. Ich bin schon lange nicht mehr gestorben. Ähm. Ich hasse dieses Spiel. Absolut, ich hasse es. Beziehungsweise, es hasst mich. Also, irgendwie, äh, ich könnte einfach aufhören, wenn ich es nicht mehr spielen will. Aber, eigentlich mag ich es. Irgendwie ist es ein wenig böse zu mir. Und da kommt auch gleich wieder das Klavier des Todes. Diese Ironie in diesem Spiel, äh. Man ist gerade verreckt und dann kommt da irgend so ein Typ und klimpert mal eine Melodie auf seinem Klavier hin. Das ist echt abenteuerlich hier. Ah. Gut, 13 Steaks. Hm, yum, yum, yum. So, wieder nach oben. Irgendwie macht meine Maus ein bisschen den Muppen. Ich brauche jetzt keine Schaufel dafür. So. Da ist es gut. Von mir für gut befunden. Gut, das habe ich jetzt noch vergessen. Gar nichts. Gut, da es auch schon wieder Nacht wird, kann ich gleich unten, könnte ich gleich unten weiterbauen. Allerdings muss ich mal dem Aufruf meiner Mutter folgen und zum Essen eilen noch eben mal schnell alles in die Truhe verpacken. Gut, dass ich hier auch schon wieder eine neue Tour habe.